Wie finden wir Öl? In früheren Zeiten wurde nach Öl gesucht, indem man die einfachen oberflächlichen geologischen Strukturen eines Gebiets prüfte und analysierte. Aus diesen Aufwölbungen schloss man, dass in diesen Strukturen Öl eingeschlossen sein könnte. Dann wurden einige Probebohrungen niedergebracht, um festzustellen, ob es dort auch tatsächlich Öl gab. Das war damals nicht nur für die Umwelt belastend, sondern auch ineffizient. Heute setzen Unternehmen wie OMV, E&P geophysikalische Techniken ein, um ein kohlenwasserstoffhöffiges Gebiet zu identifizieren, bevor mit dem Poren begonnen wird. Seismische Messungen ermöglichen eine detaillierte Bewertung eines Explorationsgebietes und beeinträchtigen die Umwelt minimal. Diese Techniken können sowohl an Land, onshore, wie auch auf dem Meer, offshore, angewendet werden. In beiden Fällen wird dabei an der Oberfläche eine Explosion ausgelöst oder eine Erschütterung erzeugt. An Land werden dazu große Speziallastwagen eingesetzt, die auch im Video zu sehen sind. Mit den schweren Eisenplatten, die unter dem Speziallastwagen erkennbar sind, werden kurze Vibrationsimpulse ausgelöst. Dadurch werden Kompressionswellen erzeugt, die sich unterschiedlich schnell im Untergrund fortpflanzen. Mit einer Reihe von Mikrofonen, sogenannten Geophonen, die in einiger Entfernung vom Speziallastwagen aufgestellt sind, werden die von den einzelnen Gesteinsschichten zeitlich unterschiedlich reflektierten Kompressionswellen registriert. Nach der Aufzeichnung aller elektronisch reflektierten Wellen werden die seismischen Informationen von Experten bearbeitet. Das Ergebnis ist ein seismisches Profil. Diese seismischen Linien werden von Experten ausgewertet und interpretiert. Im Untergrund liegende Gesteinsschichten mit möglichen Öl- oder Gaslagerstätten können dadurch identifiziert werden. Diese Methode heisst 2D-Seismik, weil sie einen vertikalen Querschnitt des Untergrunds entlang einer geraden Linie zeigt. In den frühen 1990er Jahren wurde ein neues erweitertes seismisches Messverfahren entwickelt, bei dem die Ausgangspunkte der Kompressionswellen und die Geophone nicht auf einzelnen Linien, sondern gitterförmig angeordnet werden. Die Ausarbeitung der ermittelten Daten durch diese seismische Technik benötigt weit mehr Computerrechenleistung. Das Ergebnis stellt sich als dreidimensionaler Datensatz dar, mit dem die tief im Untergrund liegenden Gesteinsformationen in allen 3D-Einzelheiten sichtbar gemacht werden können.